Mit zwei oder mehreren bekannten Geländepunkten kann man den eigenen Standort mit der Technik rückwärts einschneiden bestimmen. Entweder sind dir Geländepunkte oder Gipfel bereits bekannt oder du solltest diese mittels vorwärts einschneiden vorab bestimmen, wenn du in einem unbekannten Gebiet unterwegs bist. Über die Visierlinie den bekannten Gipfel hinteres Fischerhorn anpeilen, den Kompass dabei waagrecht halten. Die Windrose so lange drehen, bis im Spiegel die Kompassnadel mit der Garage Nord auf Nord übereinstimmt. Die Gradzahl, in diesem Fall 100 Grad, kann man nun ablesen. Über die Visierlinie den bekannten Gipfel Arletchhorn anpeilen, den Kompass dabei waagrecht halten. Die Windrose so lange drehen, bis im Spiegel die Kompassnadel mit der Garage Nord auf Nord übereinstimmt. Die Gradzahl, 185 Grad, kann nun abgelesen werden. Die angepeilten 100 Grad auf die Karte übertragen. Dazu den Kompass aufklappen und auf die Karte am bekannten Geländemerkmal hinteres Fischerhorn anlegen. Den gesamten Kompass so lange um den bekannten Punkt drehen, bis die Garage mit dem Kartengitter übereinstimmt. Die Peillinie vom bekannten Punkt in die Karte einzeichnen. Die angepeilten 185 Grad auf die Karte übertragen. Dazu den Kompass aufklappen und auf die Karte am bekannten Geländemerkmal großes Arletchhorn anlegen. Den gesamten Kompass so lange um den bekannten Punkt drehen, bis die Garage mit dem Kartengitter übereinstimmt. Die Peillinie vom bekannten Punkt in die Karte einzeichnen. Der Schnittpunkt der beiden Linien bildet den eigenen Standort ab. Im Zweifel sollte zur Rückversicherung ein weiterer Punkt angepeilt und eingetragen werden. Es entsteht dann ein sogenanntes Fehlerdreieck, innerhalb dessen sich der eigene Standort befindet. Zum besseren Verständnis der Standortbestimmung durch rückwärts einschneiden, noch einmal die Technik im dreidimensionalen Raum. Wichtig ist, dass die Winkel der Peillinie weder zu eng noch zu weit auseinander liegen. Ein Winkel von 60 bis 120 Grad ist hier ideal.